Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken, das körperliche Wohlbefinden und natürlich alle Genüsse, weltlichen Genüsse, die diese wunderbare Erde uns zu bieten hat. Natürlich auf Kontrafunk und mein Name ist Markus Fahlefeld und ich habe heute ein Überthema für Sie, das heißt Energiesparen beim Kochen, aber so ernst würde ich das gar nicht machen, nach dem Motto waschen Sie Ihr Geschirr kalt ab, weil ob Abwaschen mit fließendem Wasser wirklich so umweltverträglich ist und die Spülmaschine nicht viel besser, ist noch lange nicht gesagt, aber ich habe in dem Zusammenhang einen wunderbaren Tipp für Sie und zwar ein neues Gadget, eine neue Küchenutensilie, die mir meine Frau aufs Auge gedrückt hat, aber die mein Kochen und meine gesamte Küchenarbeit wirklich verändert, wenn nicht sogar revolutioniert hat, aber dazu später mehr. Denn vorher spreche ich mit dem Pfälzer Winzer Christoph Hammel. Ich hatte ihn bereits einen Tag vor Beginn der Weinlese gesprochen und er hat etwas über den Witterungsverlauf des Jahrgangs 2023 philosophiert und nun möchte ich wissen, wie denn die Ernte wirklich war, wie denn der Weinjahrgang am Ende, jetzt wo die Trauben auf der Kälte waren und in den Fässern vor sich hin gären, wie denn der Jahrgang aussieht. Und dann möchte ich mich für die vielen Zuschriften bedanken, die mir die Zuhörer die letzten Wochen haben zukommen lassen und eine davon möchte ich herausheben und sie hat mich zum Nachdenken gebracht und auch eine neue Sendung inspiriert, eine folgende Sendung und sie betraf meine Küchenphilosophie und da habe ich auch natürlich über die menschlichen Sinne gesprochen und nicht nur Goethe falsch zitiert, also das Zitat, die Sinne lügen nicht, darauf musst du vertrauen, doch sind sie schwach, auf sie musst du zu viel nicht bauen, ist nicht von Goethe, das war mein Fehler. Es ist von einem der großen Universalgelehrten, eher unbekannt, Herrn Wilhelm Wackernagel, der bis 1869 lebte, von glaube ich 1806 an, also zwar in der Goethe-Zeit, aber es war nicht Goethe, aber diese Zuschrift betraf die Sinnestäuschung. Die Sinne lügen nicht, aber man kann sie doch täuschen, wurde ich gefragt und natürlich ist das richtig, die Sinne kann man täuschen und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der die Sinne ganz oft hinters Licht geführt werden sollen, vor allen Dingen auch im Bereich Essen und Trinken, also bei der Sensorik, sonst gäbe es auch die gesamte Food-Industry gar nicht, weil da werden eben Geschmäcker nachgeahmt auf synthetische oder künstliche Weise und damit ein Geschmack vorgegaukelt, der in Wahrheit gar nicht da ist. Aber die Sinne springen darauf an, aber stimmt das wirklich? Ich werde also eine weitere Küchenphilosophie genau diesem Thema widmen, weil es wirklich zu spannend ist. Können wir den Sinnen vertrauen? Wenn ja, wie? Wie können wir sie ausbilden und was ist eigentlich, was da getäuscht wird? Bleiben Sie also dran, denn die Sinneswahrnehmungen und natürlich das Schmecken im Besonderen, das sind doch eine der spannendsten Tätigkeiten, die wir tagtäglich ausführen und vor allen Dingen so wunderbar unerforscht. Mein heutiger Gesprächsgast ist Christoph Hammel. Seines Zeichens Winze aus der Pfalz, seines alteingesessenen Familienweinguts mehr als 300 Jahre, ein wirkliches Urgestein und ein Hansdampf in allen Gassen. Wir hatten bereits gesprochen, bevor die Ernte losging und wie Bauern halt so sind, ist es vor der Ernte immer das schlechteste und schlimmste Jahr, überhaupt nur denkbar und schrecklich. Und nach der Ernte ist es dann doch alles ganz anders gekommen und großartig und eigentlich das Beste, ja, jemals. So sind sie halt, die bauernschlauen Winzer. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Christoph, wie war es denn wirklich? Ja, mein lieber Markus, wir haben ja vor dem Herbst bereits telefoniert und, nicht telefoniert, sage ich schon, wir haben das ja aufgenommen. Und dann habe ich ja gesagt, ja, also ich sehe da jetzt ein bisschen skeptisch in die Zukunft, weil wir ja diese 200 Liter Niederschlag gehabt haben im August. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil dann die Rewe sagt Hurra und dann ziehe ich mir ordentlich Wasser rein. Wir haben ja ungefähr 470 Millimeter im ganzen Jahr, hatten dann irgendwie in zwei Wochen 200. Und bevor jetzt alle aufschreien, der Klimawandel, oh Gott, oh Gott, 200 Liter, also praktisch irgendwie über ein Drittel des Jahresniederschlags in zwei Wochen. Man muss immer eins sehen. Wir sehen uns ja immer selbst. Also das heißt, die Weinbauern sehen sich und sagen, oh Gott, viel zu viel. Wenn ich aber den Wald gefragt hätte, hätte der gesagt 200, mach doch mal 500 draus. Was ich damit sagen will, ist, diese 200 Liter waren ganz hervorragend. Die waren für die Natur super. Das war eine ganz wunderbare Angelegenheit. Das war auch nicht irgendwie auf einen Schlag runtergekommen. Das hat sich so über zwei, drei Wochen hat sich das, zweieinhalb Wochen hat sich das verteilt. Da kamen mal 30 Liter und dann kamen mal 20 und so. Ja, aber es war eben einfach zu viel. Für die Natur selber war das Gold. Und für die Reben? Ja, für die Reben war das auch Gold. Für die Reben war das pures Gold. Weil das Problem ist ja, die Rebe selbst weiß ja nicht, dass da so Verrückte vorbeilaufen, ihre Kinder abschneiden, die in Pressen schmeißen, auspressen und sich hinterher fünf Stunden drüber streiten nach der Vergärung, ob das jetzt gelbe Mirabelle ist oder Mango, was man da drin riecht. Das interessiert die Rebe gar nicht. Die Rebe will eigentlich eine Pflanze und die will ihre Art erhalten. Das ist das, was die will. So, und ihre Nachkommenschaft hängt eben in Form von Trauben dran. Die wollen wir haben, das interessiert aber die Rebe nicht. Weil die will nichts anderes, als dass dann sozusagen die Traube runterfällt, wenn die reif ist. Das Trenngewebe bildet sich aus, die Beeren fallen runter. Ja, und dann gehen eben die Kerne, das sind ja die Samen, in den Boden und eine neue Pflanze entsteht. Das ist das Entscheidende. Die Rebe, der ist die Weinqualität völlig schnutt. Okay, wie war die Weinqualität? Jetzt, now we're talking. Also, now we're talking. Also, dazu muss man erst mal eins sagen. Weinbau ist ein Teil der Randwirtschaft und nichts ist, sag ich mal, beschreibender als sometimes you win and sometimes you lose. Ja, der hat es gegeben, der hat es genommen. Wir hatten jahrelang sehr, 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 sehr gute Ernten. Ja, und jetzt haben wir halt mal eine, die war deutlich schwieriger. Was ist passiert? Ich habe gerade gesagt, Anfang August, die Traubenbeeren wurden schon langsam weich. Und das ist genau das Problem. Hat es ordentlich geregnet. Und dann hat die Rebe gesagt, das ist ja ganz wunderbar. Jetzt holen wir mal ordentlich Wasser rein. Das können wir gut brauchen. Und dadurch schwillen die Beeren an. Das heißt, wenn die Beere noch hart ist, richtig hart, ja, dann kommt die damit relativ gut klar. Wenn aber die Traube, wenn die Traube, also die Beeren schon Richtung Reife gehen und weich werden, dann platzen die auf. Und zwar folgendermaßen, wir haben Rebsorten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr kompakte Trauben haben. Das ist ja was völlig anderes als die Tafeltrauben, die so lockerbeerig, so riesen Dinger und das sieht aus wie ein großer Kronleuchter. Und die anderen, das sind so ganz feste, kleine, kompakte Trauben. Und außen die Beeren, wenn die größer werden durch einen entsprechenden Regenguss, ja, die können ja auch irgendwo hin, weil die sind ja außen, aber die Beeren innen eben nicht. Und die platzen auf. Und dann passiert, was passieren muss. Der Saft läuft raus, es kommen alle möglichen Gesellen wie Pilze und dann kommen Fruchtfliegen und lauter so Geschichten. Und es fängt da praktisch in der Braube schon so langsam an zu gären. Da spielen sich eben mikrobielle Prozesse ab. Die können wir im Weinbau gar nicht brauchen. Stichwort auch Essig zum Beispiel. Es ist mir ganz lustig, wenn dann Leute sagen so, ja, der hat ja diesen alten Wein im Keller, der ist bestimmt schon zu Essig geworden. Nein, der wird aber nur wie Sherry, da wird gar nichts zu Essig. Aber draußen an der frischen Luft, die Trauben, da entsteht tatsächlich Aceto Balsamico. Das ist eine ganz wunderbare, wenn man sich die Weinberge geht und Hunger kriegt, weil da riecht es wie auf einer italienischen Antipasti-Platte. Aber für den Weinbauer, für den Winemaker, für den Analogen ist es der Albtraum. Und das ist genau passiert bei den kompakten Sorten. Und es sind eben so Sorten wie zum Beispiel der Riesling, vor allem aber auch Burgundersorten. Ganz vorneweg der Grauburgunder, aber auch St. Laurent und solche Sachen, die sind sehr kompakt. Da ist der Chardonnay übrigens nicht ganz so von betroffen. Der Chardonnay ist sowieso, der kann alles ab, sage ich jetzt mal so. Der steht ja auch von Golan bis Schweden. Aber die Burgundersorten der Riesling sind sehr empfindlich. Die sind aufgeplatzt und das war ein großer Verlust. Da ist es zu großen Verlusten gekommen, Mengenverlusten, weil einfach diese Trauben eigentlich gar nicht so richtig zum abernten waren. Der Saft hatte dann bereits einen natürlichen Essigsäureanteil, der nicht mehr tolerierbar war. Auch da ist es ganz interessant, da gibt es nichts ist das Beste und ganz viel ist ganz schlimm, sondern auch da ist es so, dass so ein ganz bisschen teilweise ganz charmant sein kann. Ich sage immer, so ein Chardonnay-Mutter-Rotschild ohne 0,4, 0,5 flüchtige Säure, das heißt eben bei uns flüchtige Säure, die Essigsäure, das ist kein Chardonnay-Mutter-Rotschild. Das verästert, es gibt Frucht, aber das war in dem Fall alles viel zu viel. Und es ist zu großen Verlusten gekommen. Also ich sage nur einen Satz und dann habe ich das auch schon, glaube ich, durchbeschrieben. Ich habe mit einem sehr guten Freund telefoniert, der ist Betriebsleiter in einer sehr großen Genossenschaft, die Genossenschaft Laufen in Württemberg und der hat mir am Telefon gesagt, wir hätten eigentlich in diesem Jahr einen Therapeuten gebraucht. Denn er hat wahnsinnig viel telefoniert, ist wahnsinnig viel vor Ort gewesen in den Betrieben, bei den Mitgliedern, die wirklich zutiefst betrübt waren, die waren unheimlich deprimiert, teilweise auch Existenzängste. Denn wir reden hier über Verluste von 70 Prozent und das ist brutal. Und das ist eben das, was passiert ist. Aber das ist die Natur. Es ist eigentlich völlig unspektakulär. Es ist einfach so. You gotta live with it. Und dann ist einfach das Motto ausgegeben, mach das Beste daraus. Es macht natürlich viel mehr Arbeit und so weiter, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Wie sind die Erntemengen im Vergleich zu einem guten Jahr wie 2022? Also sie sind natürlich geringer, weil einiges gar nicht abgeahndet worden konnte. Ich sage es jetzt mal so ganz offen. Ich hätte eigentlich mal in St. Claude gar nicht reinholen dürfen, aber irgendwo ist man ja Bauerack und wir probieren es mal. Naja, man lässt es ja nicht hin. Man muss rausgehen, man muss die Faulen rausschneiden. Also faul, das klingt so. Die sahen ja außen top aus übrigens. Das war ja innen drin, die Schweinerei. Das sind alles solche Dinge. Also von daher gibt es schon weniger. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, das kann man übrigens auch in der FAZ nachlesen, das kann man mal googeln, dass die Weltweinproduktion bzw. die Produktion in Europa im Moment auf einem Stand ist von 1960. Das heißt, die Produktion geht zurück und jetzt sage ich mal so, eigentlich gehört jede dritte Rebe weltweit rausgemacht, weil dafür gar kein Markt mehr da ist. Das ist im Moment die Situation. Für uns war es dieses Jahr so, dass Deutschland mit dem blauen Auge davongekommen ist, sage ich mal so. Es war zum Teil in Frankreich deutlich schwieriger, in Italien deutlich schwieriger. Das sind ja nur die Hauptländer mit den größten Flächen und die hatten noch mehr Probleme, aber auch Probleme mit einer allgemeinen Mehltaugeschichte und so weiter. Da haben wir nichts mit zu tun gehabt. Wir hatten eine super Traubengesundheit eben bis vier Wochen vor der Hand. So kann man es eigentlich sagen. Hatten wir eine mega gute Traubengesundheit und dann gab es einfach zu viel Regen und dann ist es halt passiert. Wie sieht es in den anderen Regionen aus, also in den anderen Deutschen? Du sprichst für die Pfalz, du hast gerade Württemberg gesagt. Wie sieht es an der Mosel aus? Immer so das Problemgebiet im Norden? Ich sage es jetzt mal so. Da muss man jetzt mal mit Leuten reden, die an der Mosel zu Hause sind. Es ist ja auch so, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Ich muss jetzt vielleicht das nochmal so rum aufzäumen, das Pferd, dass ich sage, wir hatten das ruhigste und schönste Herbstwetter, was ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe. Der ganze September, der Oktober war ja strahlend schön. Es hat praktisch nicht geregnet. War die Natur übrigens auch nicht immer nur so begeistert davon. Wir hatten es warm. Also erst viel geregnet, dann aufgeplatzt, dann warm. Es war natürlich dann scheiße. Aber hinten raus war das Wetter ein Traum. Das heißt, in den Anlagen, wo eben nicht das so eingesetzt hat, wo es nicht so viel geregnet hat, da kommen tausende von Dingen dazu. Wie ist der Zustand der Laubwand? Was war da drin gehangen? Ist Trauben geteilt worden? Ja oder nein? Da kommen noch viele Aspekte dazu. War das Wetter ideal? Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass hätte es im Herbst nochmal so normal, also immer mal alle fünf Tage mal irgendwie 15 Liter geregnet oder irgendwie sowas. Dann wären wir sehr, sehr schnell im völligen Chaos verschwunden. Also völlig. Dann wäre das, was noch drin hing und gut war, das wäre dann endgültig über die Wuppe gegangen. Also von daher gesehen haben wir nochmal Glück gehabt. Es ist wohl in den meisten Gebieten in Deutschland schwierig gewesen. An der Mosel, habe ich gehört, war es nicht ganz so tragisch. Es kommt auch wieder auf die Bodenbeschaffenheit an. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, wenn ich einen Sandboden habe oder habe da Schieferboden, da ist ja gar keine Erde drin großartig, dann läuft das ja alles viel schneller weg. Die haben natürlich dann in Trockenjahren viel größere Probleme. Wenn ich natürlich Lehmlös habe und solche Dinge, das saugt sich ja voll wie ein Schwamm, die halten das Wasser gut, da sieht es dann wieder schlechter aus. Und das sind alles solche Dinge. Aber insgesamt war es ein sehr schwieriger Jahrgang. Das ist gar keine Frage von der Antebergung, von diesen Dingen her. Aber ich möchte da gleich, auch wenn du mich noch gar nicht danach gefragt hast, an eine Sache anschließen, weil das so schön hier gerade reinpasst. Ich habe ja gerade gesagt, diese 200 Liter Regen, die haben uns die Trauben um die Ohren fliegen lassen. Es kamen übrigens dann noch die Kirschwurstessigfliege, die japanische dazu. Das ist ja eine Fruchtfliege, die einen eigenen Stachel besitzt und Löcher in die Beeren bohrt und da ihre Eiablage macht. Dann haben wir dasselbe Problem. Da gab es gar keine Flugzahlen, es gab keine Eiablage, nichts. Wir waren uns sicher, nee, da gibt es gar kein Problem dieses Jahr. Und auf einmal kam die, wie aus dem Nichts, kam die da. Und hat dann noch mal richtig Ärger gemacht. Die geht dann nur an blaue Sorten, also an Rotweinsorten. Und hat es also bei einigen, bei Spätburgunder und bei Dornfeldern, so gab es dann noch mal massive Probleme im einen oder anderen Fall. Aber jetzt noch einmal, es gab 200 Liter Regen. Die Rewe selbst, die hat sich wahnsinnig gefreut. Die war unfassbar dankbar. Und jetzt gehen wir mal auf einen ganz interessanten Punkt. Ich kann ja nur für mich sprechen. Ich sage das mal so, das wird wohl für andere auch gelten. Wir hatten im Jahrgang 2022 einen Jahrgang, das war Bilderbuch. Also ein Traum. Tarte Traumqualität. Gute Menge. Ganz, alles ganz wunderbar. Aber es war ein, nennen wir es mal trockeneres Jahr. Ein heißes, trockeneres Jahr. Dies Jahr war es auch heiß, aber eben nicht trocken. Da ist Folgendes, dass das Aroma nicht ganz so ausgeprägt war. Bei den Aromasorten, also Stichwort gelber Muscatella, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc. Ja, diese Aromen waren nicht ganz so laut. Die waren also ein einiges gedämpfter Trommelschlag, weil einfach durch die Trockenheit die Rewe gesagt hat, hey, ich muss da meine Kraft sparen, weil ich muss ja, all meine Kraft stecke ich ja in meine Kinder, damit die die Art erhalten. Dass da der Christoph Hammel vorbeikommt, die abschneiden und Wein draus macht, das weiß die ja nicht. So, in diesem Jahr aber hatten wir ja den Regen. Und der hat uns auf der einen Seite den Ärger gemacht, dass wir einen Teil der anderen, muss man so sagen, verloren haben, dass wir deutlich größere Selektionsarbeiten haben durchführen müssen. Dieses, jenes Tralalas war also wirklich schwieriger, aber das Gute, das drin hing, war dafür umso besser, weil die Rewe war top ernährt. Und jetzt kommt so ein bisschen so das Paradoxon bei der Sache. Ich bin da riesen Sonja Blanc-Fan. Jeder weiß es auch, dass ich eher dem Stil Neuseelands zugetan bin als dem klassischen Stil von der Loire oder Bordeaux. Da ist ja das Thema Aroma, Aroma in der Schale, 90% der Aromastoffe sitzen in der Schale, ein Riesenthema. Und im letzten Jahr, ich war sehr zufrieden, meine Kunden waren super zufrieden, das ist alles gut. Wir waren sogar ausverkauft jetzt schon seit zweieinhalb Monaten, wir füllen sogar schon in 14 Tagen eine kleine Menge Sauvignon Blanc ab, damit wir da wieder am Start sind. Und jetzt kommt's, der ist, sag ich jetzt mal ganz salopp, tatsächlich viel ausgeprägter, duftiger, aromatischer als letztes Jahr, weil der Regen da war. Das heißt, die Leute kriegen einen sehr guten Wein, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Es wird einen guten Wein geben. Wir haben ja beide schon drüber gelacht, jedes Jahr gibt es ja einen Jahrhundertjahrgang und so. Ja, aber wir sind ja Freunde, du und ich, Markus, wir dürfen ja hier, uns hört ja keiner zu, wir sitzen ja hier im Team beisammen und besprechen das und da sollte man auch schon dann auch mal eine klare Ansage machen. Also, es ist ja nicht kein Jahrhundertjahrgang. Man darf aber eines nicht vergessen, wir sind ja alle Individuen und deshalb gibt es auch nicht den deutschen Riesling, das gibt vielleicht so einen kleinen Überbegriff, aber es ist eben ein Riesling von Bassermann, ein völlig anderer wie der von von Winning. Und es ist auch ein völlig anderer Riesling wie der von Bassermann und Schloss Vollrath, weil da sind nochmal zwei Gebiete drin. Und vor allem aber geprägt, und das ist an was ich glaube, das muss man nicht, man kann sehr gerne auch andere Meinungen sein und sagen, dass der Hauptimpact eines Charakters vom Wein durch das Gebiet geprägt ist, also Terroir, also Lage, Kleinklima und so, das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, dass der Mensch der haupttreibende Faktor ist, weil ich kriege in Deidesheim von 20 Weingütern Riesling und die bauen alle auf dem selben Boden an und die anden auch alle zur selben Zeit, aber komischerweise schmecken die alle wahnsinnig unterschiedlich, weil es andere Winemaker sind und Winemakerinnen natürlich. Die kreieren das, ja. Von daher gesehen, sage ich mal, wird es auch in diesem Jahr ganz klar Leute geben, die wie bei einer Operation am offenen Herzen in Hochpräzision mit allerhöchsten Ansprüchen Weine machen werden. Die haben dann auch 80 Prozent rausgeschnitten gnadenlos, aber dann mit diesem schönen Endherbstwetter Weine machen, die sensationell sind. Genauso war es übrigens auch in 2021. Das war ein kühler Jahrgang, also eine gute Menge beschert, es war alles soweit in Ordnung. Es war ein kühlere Jahrgang, höhere Säure und so. Da war mal so ein bisschen, gab es auch ein bisschen Pfeuernis hier und da, weil ja auch entsprechend Regen da war. Und da war man dann erst so ein bisschen traurig. Und dann gab es auch wahnsinnig tolle erste Gewächse. Aber man muss auch sagen, das, was ich gelesen habe über 2022 bei den ersten Gewächsen zum Beispiel, um die jetzt nochmal heranzuziehen, sensationell. Ich würde mal sagen, Leute, kauft euch 2022 mal ordentlich was ein. Das macht einen sehr guten Eindruck. Aber es wird auch, wie gesagt, aus 2023 grandiose Weine gehen. Übrigens Österreich. Ich habe ja nicht so große Österreich-Affinität. Ich habe ja in Österreich studiert und liebe das Land ganz besonders. Und die Leute und die Weiner. Ich bin ja oft dort. Ich war jetzt gerade vor 14 Tagen wieder in Wien. Das war einfach super. Und die hatten eben nicht diesen starken Regen. Zum Teil. In der Steiermark war es der Horror. Also die hatten ja unglaublich Regen. Die haben auch gekämpft wie die Weltmeister. Wir denken mal bitte an Slowenien, was da für Unwetter waren und so. Jesus, Maria und Josef. Aber Burgenland und so, Niederösterreich zum Beispiel, die hatten unter hier Langenlois. Jesus war top. Die hatten eine Bombenernte. Und das macht natürlich Spaß. Was komischerweise allen dieses Jahr so eigen war, war diese Schnelligkeit. Also die Ernte war schnell vorbei. Man hat dann geguckt, dass man fertig wird. Also wo sonst sechs Wochen geandet wird, sieben Wochen geandet wird, war es dann in vier Wochen vorbei. Das war bei mir auch so. Wir haben geguckt, dass wir das Zeug dann reinholen, dass das schnell geht. Ich gucke dann immer so ein bisschen mit einem. Ja, wie soll ich das sagen? Wenn ich dann in Südafrika bin im März und mache da Riesling auf Delheim oder so, die anden ja drei Monate. Das ist eine völlig andere Welt. Ja, oder zweieinhalb Monate. Und da auf der einen Seite ist man froh, wenn man mit dem Scheiß endlich fertig ist. Man kann dieses ganze geklebrige Zeug dann auch nicht mehr sehen. Und das ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Und da will man auch mal irgendwann wieder seine Ruhe haben und will das endlich mal im Stall haben, die Kiste. Aber es ist auch geil, wenn man sich diese Zeit nehmen kann. Das muss man mal fairerweise sagen. Das hat auch was. Also das finde ich toll. Bei uns war das jetzt wirklich Turbo. Und es ist drin. Ich persönlich kann für mich und ich denke auch für viele, viele Kolleginnen draußen sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Die Weine schmecken unheimlich aromatisch, saftig. Sie sind sehr sympathisch. Und okay, komm, ich sage es, wie es ist. Ich sage es mit meinen Worten. Ich muss ja jetzt hier nicht irgendwie. Es gibt einen geilen Saufjahrgang, glaube ich. Also tatsächlich, das wird Spaß machen. Pulle auf und rein. Also das läuft. Jetzt bin ich entspannt. Es schmeckt gut. Es wird gut. Wir füllen bereits den Mixart in zweieinhalb Wochen geht es los mit dem ersten 23er. Die Weine werden klasse. Die Stimmung ist gut. Aber wie gesagt, wer wirklich akribisch auch rausgeschnitten hat, dieses jenes und war da betroffen. Der hat ja noch furchtbaren Hagel in Worms übrigens. Das kann man auch in der Presse nochmal nachverfolgen. Einfach mal Hagel Worms googeln. Hagel Weinbaugebiet in Worms. Die Bilder. Das ist total. Aber das hat es schon immer gegeben. Och Leute, es gab schon immer mal Hagel und dann kriegst du halt auf die Schnauze. Es ist halt Landwirtschaft. Mein Gott, ja. Die einen gehen in die Spielbank und die anderen gehen in die Landwirtschaft. Ja. Das ist halt das Lagen. Sehr gut. Jetzt für euch in der Pfalz oder für euer Weingut in einem Wort. Was ist Hopp und was ist der Flop? Also was ist Top und was ist der Flop? Also der Flop, muss ich jetzt mal sagen, den sehe ich noch gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was wir drin haben, hat mir dann alles dann wirklich Spaß gemacht. Wir haben eine Materialschlacht durchgeführt, muss ich auch fairerweise sagen. Also wir haben unheimlich viel biologischen Säureabbau gemacht. Ich glaube 90 Prozent. Also auch bei Weiß und Rosé. Etwas, was ich vor zehn Jahren auf keinen Fall gemacht hätte. Ich sagte, ich bin ja kein Schweizer Weingut. Nicht, dass ich was gegen Schweizer hätte und schon gar nicht gegen die Weingüter dort. Aber so ein Chasselas aus der Schweiz mit BSA ist nicht unbedingt meine Aromenwelt. Und bei denen ist ja der BSA obligatorisch oder sehr oft gemacht. Aber heute ist es auch technisch gesehen eine andere Situation. Und man darf wieder eins nicht vergessen. Ich bin jetzt 60 und die Jugend ist in Betrieb. Und ich habe mir ja ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass ich den jungen Leuten die freie Hand lasse. Das ist für mich ein ganz, also das ist eine heilige Regel. Das ist also nicht verhandelbar. Ich habe gesagt, ihr habt die letzte Entscheidung. Die wollten das so. Und dann haben wir es eben so gemacht. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich. Und ich werde mich auch in den nächsten Jahren immer weiter aus diesem Thema. Ich bin ja nicht weiter voll dabei. Ich werde auch dann 10, 15 Jahre alles geben und bin im Betrieb. Das ist ja mein Leben. Und bin erst 60. Das ist ja lächerlich. Geht ja immer weiter. Aber Tatsache ist am Ende vom Tag, dass der Stil und auch die Entscheidungen im Keller, die müssen von der Jugend getroffen werden, die eine Ausbildung genossen hat, die in 2000 Jahren Weinbaugeschichte in Deutschland noch nie auf einem so extrem hohen Niveau war, wie es heute ist. Und meine Ausbildung ist 40 Jahre vorbei. Gut, man bemüht sich immer up to date zu bleiben. Aber das war ja Quatsch. Und außerdem bin ich ja nicht als Demotivator auf die Welt gekommen, sondern als Motivator. Ja. Und deswegen, die machen das. Die haben gesagt, wir wollen die BSA machen. Es war die richtige Entscheidung. Und jetzt wollen wir mal abwarten. Wir fangen ja erst an abzufüllen. Aber das, was ich bis jetzt schon probiert habe, ich kann nur sagen, also ich bin, ich bin jetzt gelöst. Ja, ich bin jetzt gelöst. Und das war ich vor vier Wochen nicht. Aber klar, wenn es dann soweit ist und die Anspannung und das Zeug muss rein und dann kommt noch diese japanische Kirche oder Essigfliege. Und überall hört man um Gottes Willen. Und da ist Problem. Und da platzen die Trauben auf. Und da hätte man doch lieber noch eine Woche hängen lassen. Jetzt müssen wir trotzdem reinholen. Und so. Es ist immer so eine Hektik. Es war vielleicht auch mal ganz gut, dass auch mal die jungen Leute sehen, es gibt nicht noch schöne Jahrgänge. Es gibt auch mal Schwierigkeiten. Also ich bin überzeugt, das sage ich hier in aller Deutlichkeit, dass die Leute draußen, die Weinliebhaber, die Weinliebhaberinnen, die Kunden, die Menschen, die abends in die Kneipe gehen, ins Restaurant, sonst wo ihnen sich hier ein oder zwei Viertel Wein oder 015 oder was sie auch immer bestellen. Die werden aus dem Jahrgang 23 in Deutschland sehr wohlschmeckende Weine bekommen. Die werden sehr zufrieden sein. Da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Ich würde es sagen, wenn es anders wäre. Also wir sind ja hier unter uns und ich habe auch keinen Bock da immer da dieses, wie soll ich sagen, da immer nur gute Stimmung und Tralala und Hubsasa und so. Nein, reden wir Tacheles. Und deshalb kann ich wirklich sagen, es wird gute Weine geben, die werden schmecken. Und Wein muss schmecken und Wein muss doch nicht immer dann auch so, das war ein großer Jahrgang groß und oh und du lieber Gott. Also mir reicht schmecken sehr. Also wenn es mir schmeckt, bin ich zufrieden. Weil ich habe schon sehr viel Tolle und dieser sensationellen Wein und was weiß ich und dann riechst du da rein, das riechst du, Onkel Fritz und am Arm nach dem 100 Meter Lauf und da muss dann erst mal irgendwie acht Stunden dekantiert werden und was weiß ich was alles Mögliche. Und ich muss da jedes Mal das Abitur nachmachen, wenn ich so ein Wein da auf dem Tisch kriege. Ne, es tut mir leid. Das Schönste ist, abends, es war ein harter Tag, jetzt haben wir Ruhe, Pulle auf, was Leckeres zu essen auf dem Tisch, man fühlt sich wohl. Und genau diese Weine, für diese Momente, die haben dir. Und alles ist gut. So muss es sein. Christoph, wunderbar. Schönes Schlusswort. Ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast und wünsche dir natürlich viel Glück beim Abfüllen und beim Verkaufen der Weine. Ja, da sage ich mal vielen Dank. Und du weißt ja, wie es ist, man muss auf das Glück zurudern, sonst kommt es ja nicht zu einem. Und ich habe die Riemen schon in der Hand und es geht schon in flottem Schlag, Ruderschlag dahin. Also wir machen weiter. Rock'n'Roll, wie immer. Sehr schön. Christoph, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne, ne, hat mir wieder große Freude gemacht. Wir hören voneinander, mein Lieber. Ja, alles Gute. Tschüss. Kommen wir zum Ratgeber- und Serviceteil der heutigen Sendung. Es geht ums Energiesparen. In der Küche und beim Kochen. Bereits in einer der ersten Sendungen letztes Jahr hatte ich einen der, meines Erachtens besten Energiespartipps, die ich seitdem auch immer beherzige, ausgeführt. Es geht darum, Pasta, jetzt nicht Spaghetti, also nicht lange, dünne Pasta, aber so die dickere Pasta wie Fusilli oder Penne-Regate, ins kalte Wasser zu legen und das Wasser dann aufzukochen. Und sobald das Wasser sprudelnd kocht, also dann, wenn man eigentlich die Pasta erst ins Wasser wirft, den Herd ausschalten, einen Deckel auf den Topf tun und die Pasta genau die Zeit, die sie benötigt, in der Regel zehn Minuten, in dem gekochten Wasser zu lassen und ziehen zu lassen. Der Al dente Grad ist ziemlich identisch mit dem, wie wenn man die Pasta ins kochende Wasser erst legt und dann zehn Minuten kochen lässt. Man spart damit die gesamte Erhitzungsenergie, also wenn der leere Topf mit dem Wasser erhitzt wird, die ja eigentlich verschwendet wird. Ich fand das damals so unglaublich, dass ich es sofort ausprobiert habe und seitdem dabei geblieben bin. Ich koche meine Pasta nur noch so, dass ich sie ins kalte Wasser lege, das Wasser zum Kochen bringe, dann den Deckel drauf und mit ausgeschaltetem Herd die Pasta nur ziehen lasse. Das spart wirklich Energie und ist auf eine bestimmte Art auch sehr, sehr komfortabel. Also wenn ich Energiespartipps gebe, dann nicht solche, die das Leben besonders oder künstlich schwer machen, sondern eher, die es erleichtern. Ich fand das immer noch einen der besten Energiespartipps. Aber auch zu alten Ehren kommt wieder der Schnellkochtopf. Irgendwie ist der Schnellkochtopf ein Relikt aus den 80er Jahren, als es so in der Aerobic-Zeit als gesund galt, Gemüse zu essen und es dann nur ganz kurz zu garen. Und weil dieser Schnellkochtopf im Unterdruck nicht 100 Grad erzeugt, sondern bis zu 120, spart man zwischen 30 bis 50 Prozent der Zeit, mit der man Gemüse ansonsten kochen muss. So haben sich eben die Zeiten geändert. In den 80er Jahren galt der Schnellkochtopf als gesund. Irgendwann wurde er dann eingemottet. Aber man könnte ihn heute wieder rausholen, eben wenn man Energie sparen will. Und gesund ist es trotzdem. Aber man sieht, früher galten andere Werte als heute. Heute muss man die Welt retten, gerade wir Deutschen. Und dann räumen wir doch auch gleich mal mit einer Legende auf. Nämlich der, dass mit der Hand das Geschirr abzuspülen, Energie sparender wäre, als die Spülmaschine anzuschalten. Das stimmt nicht. Nicht nur ist viel zerbrochenes Geschirr beim Handabwaschen teuer. Es ist auch so, dass die Spülmaschine einen viel geringeren, zumindest die moderneren Spülmaschinen, einen viel geringeren Energieverbrauch haben. Das Wasser nur kurz erhitzen, viel weniger Wasser verbrauchen als eben der Handabwasch. Also zu meinen, man könnte zurück zur Natur und das würde dann per se und natürlich Energie sparen, das stimmt leider nicht. Oder zum Glück. Tja, und das ist es eigentlich auch schon, was ich Ihnen an Energiespartipps mit gutem Gewissen weitergeben kann. Natürlich gibt es noch viele andere, aber die machen das Leben so kompliziert und man denkt dann, also ich bin ja kein Höhlenbewohner und warum soll ich lustlos und mit herunterhängenden Mundwinkeln mein Leben gestalten, nur um ein paar Cent Energie zu sparen. Also nein, dagegen bin ich, weil die beste Energie ist immer noch, wenn es einem gut geht. Aber ein neues Gerät möchte ich Ihnen noch vorstellen. Und mit ihm kann man auch gut Energie sparen. Die Entdeckung dieses Gerätes hat eine Vorgeschichte. Ich bin verheiratet und meine Frau hat eine Schwäche und die heißt Chips. Das heißt in Fett ausgebackene Kartoffelprodukte jeglicher Provenienz, seien es Pommes frites oder eben die guten Tütenchips. Wissend, dass in Fett ausgebackenes nicht nur kalorienhaltig, sondern vor allen Dingen in unserem Alter anhand der Fettpolster auch nicht gut zu kaschieren ist, lag sie mir seit einigen Monaten in den Ohren, um für den Kauf einer Heißluftfritteuse zu werben. Ich bin, was Neuerungen angeht, gerade den Haushalt betreffend, eher skeptisch. So viele Wünsche und jede Woche andere, da denke ich, spart man noch lieber das Geld und geht stattdessen in einem guten Restaurant zum Abendessen. Aber eine Heißluftfritteuse war nun einer der wiederkehrenden Wünsche. Und das schon seit geraumer Zeit. Was aber ist eine Heißluftfritteuse? Neudeutsch auch Air Fryer genannt. Also begann ich allein schon aus beruflichem Interesse, nach Sinn und Unsinn einer Heißluftfritteuse zu recherchieren und kam zu dem Schluss, dass eine Heißluftfritteuse nichts anderes als ein kleiner Umluftofen sei und den besäßen wir bereits. Warum also nicht den verwenden? Damit war für einige Zeit wieder Ruhe. Bei einem Abendessen in einem guten Restaurant kam meine Frau dann wieder auf, diese Heißluftfritteuse zu sprechen. Und in der Tat, auch in mir hatte dieses Gerät, das nicht größer ist als ein Kaffeevollautomat, etwas ausgelöst. Bei einem normalen Ofen öffnet man die Tür, zieht ein Blech oder ein Rost heraus und verteilt das zu garende Gut gleichmäßig auf der Unterlage. Bei einer Heißluftfritteuse jedoch öffnet man keine Tür, sondern zieht einen Korb heraus, den man befüllt. Und genau dieser Korb hatte es mir angetan. Vielleicht geht es nur mir so, aber früher, also in Kinder- und Jugendtagen, als das Wünschen noch geholfen hat, besuchten wir Kinder und meine Mutter bei beruflicher Abwesenheit meines Vaters ab und an einen Grillimbiss. Der Geruch nach Schaschlik und Currywurst war das eine. Das andere aber war dieser Drahtgeflechtkorb, den der Imbissbesitzer mit all den Leckereien, die zu frittieren seien, fühlte, um ihn dann ins siedende Öl zu tauchen. Dieser Korb hatte es mir angetan und genau den fand ich bei der Heißluftfritteuse wieder. Statt eine Ofentür zu öffnen, einen Korb herauszuziehen und mit ihm dann zu frittieren, das stellte ich mir glückselig machend vor. Meine Frau mag diese Schwäche für Chips haben, bei Überzeugungsarbeit ist sie dagegen geschickt bis hinterlistig. Das ein oder andere TikTok-Video mit einem knusprigen Schweinebauch aus der Heißluftfritteuse oder perfekt gebräunten Kartoffelstreifen, ebenfalls aus eben dieser, taten mir Übriges, um mich im Zweifel zwar aber doch zu überzeugen. Also einigten wir uns darauf, eine Heißluftfritteuse mal auszuprobieren und ein eher günstiges Modell käuflich zu erwerben. Und dann stand sie vor uns, diese Heißluftfritteuse. Ein vielleicht kastengroßes Küchenutensil in Hartplastikverschalung. Beileibe keine Zier für die Küche, aber es ging ja ums Ausprobieren. Das Gerät hatten wir uns, wie so vieles, im Internet bestellt, also mit der Möglichkeit, es bei Nicht-Gefallen zurücksenden zu können. Der Betrieb ist denkbar einfach. Man stellt die Temperatur ein, dann gehen die Heizstäbe und die Ventilation an. Die Lautstärke ist etwas höher als die eines Umluftofens, aber trotzdem natürlich etwas geringer als die eines Föhns. Aber Lautstärke produziert so eine Heißluftfritteuse oder auch Airfryer schon. Technisch also alles keine Doktorarbeit, aber dafür ist der Preis von um die 100 Euro auch überschaubar. Was das Besondere an der Heißluftfritteuse ist? Nun ja, eigentlich nichts, aber dann doch wieder sehr viel. Ohne Öl, also nur mit heißer Luft zu frittieren, mag vielleicht kein ewiger Traum der Menschheit gewesen sein. Aber für jeden Liebhaber knusprig gegrillten Essens einen Grillvorgang zu finden, bei dem auf das Frittierfett verzichtet werden kann, das hat schon etwas Verlockendes. Der bereits besprochene Korb ist zumindest für mich die Essenz des Ganzen. Er hat eine Antihaftbeschichtung, sodass kein Grill oder Gargut anbrennen kann. Überhaupt brennt nichts an, wenn man die Zeit nicht extensiv ausweitet. In der Regel wird alles unter 25 Minuten gar und knusprig. Zu einigen Rezepten komme ich gleich noch. Ein Piepton zeigt an, wenn die Zeit abgelaufen ist und die Zeit muss man vorher festlegen, genauso wie die Temperatur. Und letztere wird gradgenau eingehalten. Vergessen kann man also nichts im Ofen. Und das gradgenaue Einhalten ist eben eine weitere Besonderheit. Die geringe Größe des Korbes und des zu erhitzenden Innenraumes der Heißluftfritteuse führt natürlich dazu, dass die Temperatur nicht nur genau eingehalten werden kann, sondern auch zu einem sehr viel geringeren Energieverbrauch als ein großer Umluftofen, der bekanntlich für Gerichte in Großfamilienstärke ausgelegt ist. Das Aufheizen eines regulären Umluftofens dauert recht lange und das ist bekanntlich verschwendete Energie. Zudem befüllen wir einen Ofen nur sehr selten mit genau derjenigen Menge Essens, für die der Ofen ausgelegt ist. Auch das ist dann Energieverschwendung. In einem bestimmten Alterszeitraum hat man noch keine Familie und ab einem bestimmten Alter hat man dann keine mehr. Und genau für diese Single- oder Double-Haushalte, von denen es in modernen Gesellschaften immer mehr gibt, ist die Heißluftfritteuse gemacht. Die Einstiegsvariante einer Heißluftfritteuse kann Portionen für bis zu drei Personen problemlos aufnehmen, sei es Gemüse, Hühnchen oder eben Kartoffelprodukte. Und da unsere heutige Sendung unter dem Oberthema Energiesparen stehen soll, möchte ich nicht vergessen anzufügen, dass sich die Garzeit sehr vieler Gerichte um 30 oder 40 Prozent verringert. Also nicht nur entfällt das langwierige Aufheizen, auch der Grillvorgang geht erheblich schneller. Woran das liegt? Während sich in einem Umluftofen die Heizstäbe und der Ventilator hinten im Gerät befinden, heizt der Airfryer von unten und oben und kann mit dem Ventilator Luftgeschwindigkeiten im Innern von bis zu 70 Kilometern erreichen. Dieser Anpressdruck der Hitze führt zu erheblich kürzeren Garzeiten. Kurzum, man muss die eigenen Zeitgewohnheiten bei einer Heißluftfritteuse etwas nachjustieren. Kann man die Energieersparnis berechnen? Aber ja doch. Nehmen wir das ganz einfache Beispiel von Aufbackbrötchen. Ich weiß, kulinarisch nicht der absolute Höhepunkt, aber Hand aufs Herz, wer hat noch nie an einem verregneten Sonntag zum Frühstück Tütenbrötchen aufgebacken? Und im Vergleich zu meinem Umluftofen habe ich mir mal die Mühe gemacht, es auszurechnen. Mein Ofen verbraucht zum Aufbacken der Brötchen, das rechne ich mal so mit zwölf Minuten, circa 0,4 Kilowattstunden Strom. Das ist sogar ohne die Aufheizphase gerechnet. Die Heißluftfritteuse benötigt für den identischen Vorgang gerade mal ein Viertel. Die Ersparnis ist also nicht unerheblich, auch wenn sie in Geld umgerechnet klein erscheint. Und statt zwölf Cent im Ofen zahle ich nur drei Cent in der Heißluftfritteuse. Aber Kleinvieh machte auch Mist. Was sind die Nachteile einer Heißluftfritteuse? Zum einen ist er das Ventilationsgeräusch, das ich bereits erwähnt habe und das, anders als in einem Umluftofen, nicht von einem größeren Gehäuse absorbiert und gedämpft werden kann. Und natürlich steht ein weiteres Gerät in der Küche herum, das in unseren oftmals bereits vollgestellten Küchen ein wirklicher Nachteil ist. Und es gibt ein paar Dinge, die man mit einer Heißluftfritteuse eben nicht kann, zum Beispiel Brot backen oder ein gebratenes Stück Rindfleisch im Ofen auf die gewünschte Kerntemperatur bringen. Durch die hohe Luftdurchfuhr entsteht ein derart trockenes Klima in der Heißluftfritteuse, das ein Steak oder Brot austrocknen würde. Das ist eben der Vorteil eines Ofens, bei dem Umluft eine Möglichkeit, aber Ober- und Unterhitze eben Standard ist. Die Heißluftfritteuse ist also immer nur ein zusätzliches Gerät, das einen Ofen nicht ersetzen wird können. Ob all diese Nachteile die Vorteile der Einfachheit, Schnelligkeit und Energieersparnis aufwiegen, das muss jeder selbst entscheiden. Die Erotik des Gachens im Korb mag eine persönliche Schrulle von mir sein, aber sie ist es, die für mich weiterhin ausschlaggebend ist. Ich ziehe den Korb heraus, sehe, ob das Essen fertig ist, wenn nicht, schiebe ich den Korb einfach wieder zurück und lasse das Essen weiter garen. Kein Bücken, kein Handschuhe anziehen, kein Rausziehen des Ofenrostes und kein Selbstgegrillt werden durch die entgegenschlagende Hitze eines normalen Ofens. Und noch besser, die Heißluftfritteuse arbeitet weitgehend ohne Geruchsentwicklung, was bei manchen Gerichten durchaus von Vorteil sein kann. Und da der Korb mit einem ebenfalls antihaft beschichteten Rost versehen ist, der nach Abkühlung ganz einfach zu entfernen und eben in der Spülmaschine zu reinigen ist, gehört auch das umständliche Backofenreinigen der Vergangenheit an. Sowohl Rost wie auch Korb passen in jede handelsübliche Spülmaschine. Allein aus Neugier habe ich in der Heißluftfritteuse eigentlich schon alles ausprobiert. Ich habe Brötchen aufgebacken. Ich habe die berühmten 5-Minuten-Eier in der Heißluftfritteuse gekocht. Im Wassertopf benötigen Sie in Wahrheit ja die 6,5 Minuten, die sich in der Heißluftfritteuse auf 7 Minuten verlängern. Aber das Ergebnis? Perfekt. Ich habe Gemüse geröstet, Lachs, Feta-Käse, Schweinebauch und, und, und. Alles ist ganz großartig gelungen. Kommen wir also wieder zurück zur einzigen Schwäche meiner Frau. Den Chips. Sie, also die Chips, und viele andere Kartoffelprodukte wie Pommes frites oder geröstete Ofenkartoffeln gelingen so einfach, gleichmäßig und schnell. Der Knusper-Effekt wird ohne viel Zutuns erreicht und vor allem mit so wenig Frittierfett, dass in meinem Haushalt die Heißluftfritteuse nicht mehr wegzudenken ist. Inzwischen haben wir sogar zwei Heißluftfritteusen, denn in meiner Versuchsküche im Büro habe ich die zuerst erworbene behalten und bereite mir fast alles, was schnell gehen soll, zu. Während meine Frau eine Heißluftfritteuse mit zwei Körben ihr Eigen nennt, damit sie sowohl kürzer wie auch länger garendes getrennt voneinander zubereiten und schließlich gemeinsam servieren kann. Nach den wirklich guten Erfahrungen mit dem Einsteigermodell haben wir uns dann bei der Zwei-Körbe-Heißluftfritteuse für eine Neuerung auf dem Markt entschieden, etwas tiefer in die Tasche gegriffen und uns ein Markengerät von Tefal geleistet. Dual Easy Fry & Grill heißt die neue Heißluftfritteuse und wie der Name schon sagt, besitzt sie auch einen Grill, der manchen Zubereitungen wie Schweinebauch oder einem Hähnchenschenkel an der Haut den letzten Schliff zu geben imstande ist. Das nächsthöhere Modell hätte sogar eine Dampfgarfunktion enthalten, aber dafür hat dann unser Geld nicht gereicht. Kurzum, die guten Hersteller lassen sich schon einiges einfallen, um ihre Heißluftfritteusen zu perfektionieren. Und für mich kann ich sagen, der normale Ofen bleibt bei uns fast nur noch kalt. Kommen wir also zur Erotik des Korbfrittierens mit einigen Rezepten. Ich habe festgestellt, dass für die Heißluftfritteuse zwei Dinge, wenn nicht essentiell, doch sehr wichtig sind. Zum einen Öl in der Sprühflasche. Um das Ölpunkt genau und sehr, sehr sparsam einsetzen zu können, habe ich eine Sprühflasche extra für mein Olivenöl und ich nehme ein sehr gutes, das vom Grundgeschmack eher auf der süßen und nicht auf der bitteren Seite steht. Die Sprühflasche erlaubt es, das Frittiergut gleichmäßig und sehr dünn einzufetten und eine minimale Fettschicht führt auch in der Heißluftfritteuse zu erheblich besseren, bald knusprigeren Ergebnissen. Die Sprühflasche vereinfacht das Einfetten ungemein und dann habe ich noch etwas, das für die Heißluftfritteuse ebenfalls spielentscheidend ist. Mein eigenes Knoblauchöl. Und das mache ich mir selbst, ganz einfach. Man nehme drei, vier Knoblauchknollen, also ganze Knoblauchknollen, schneide den Blütenschaft so ab, dass die einzelnen Zehen in der Knolle angeschnitten sind, lässt aber die Knolle ganz, dann träufle ich Öl auf und zwischen die Zehen, umwickle die Knollen gemeinsam mit Alufolie, schließe sie und stelle sie für 30 bis 45 Minuten in den Ofen, also in den Airfryer, in die Heißluftfritteuse. Die Zeit ist abhängig davon, wie stark geröstet man den Knoblauch wünscht, eher hell und mild oder eben bräunlich und röstig. Nach dem Abkühlen lassen sich die einzelnen Zehen ganz leicht ohne die Haut aus der Knolle in ein Sieb drücken, durch das man den Knoblauch dann in ein Glas streicht und die Paste mit reichlich Olivenöl und etwas Salz vermischt. Hier ist der Kreativität und dem eigenen Geschmack keine Grenze gesetzt. Man kann noch geröstetes Paprikapulver hinzufügen oder Rosmarin oder, oder, oder. Da Paste und Öl nicht ineinander aufgehen, also getrennt bleiben, sollte für die Konservierung die gesamte Knoblauchpaste mit Öl bedeckt sein. Das Öl nimmt natürlich das Knoblaucharoma an und trotzdem bleibt die Knoblauchpaste in einem halbfesten Zustand. Mit diesem Gemisch kann man wunderbar arbeiten, weil auch der Knoblauchgeschmack durch den Röstvorgang ganz mild und fein geworden ist. Von der manchmal beißenden Schärfe des Knoblauch keine Spur. Ich benutze diese Ölpaste als Grundlage für Tzatziki, als Marinade oder eben auch zum Heißluftfrittieren. Dafür pinsele ich sowohl das Öl wie auch etwas von der Paste dünn auf Gemüse- oder Kartoffelscheiben und schiebe alles in die Heißluftfritteuse. Nicht nur ist das Fett für den Frittiervorgang wichtig, auch die Paste wird gebräunt und kross ausgebacken, sodass eine Art Knoblauchkruste entsteht, die wahnsinnig lecker ist. Was ist bei den Kartoffeln zu beachten? Nun, es wird gesagt, dass sich festkochende Kartoffeln zum Frittieren besser eignen, denn durch den geringeren Mehlanteil behalten die Kartoffeln ihre Form und zerfallen nicht. Das stimmt. Mehlig kochende Kartoffeln sind bekanntlich am besten für Pürees und Suppen, denn durch den höheren Stärkeanteil ist die Stabilität von mehlig kochenden Kartoffeln geringer, aber beim Frittieren wird ja genau die benötigt. Stimmt auch, aber auch mehlig kochende Kartoffeln kann man wunderbar Heißluft frittieren, sofern man eine knusprige Oberfläche und ein ganz weiches Innenleben schätzt. Also mehlig kochende Kartoffeln ähneln nach der Heißluftfritteuse dann Kroketten, was auch sehr lecker sein kann, aber in der Regel werden eben die festkochenden Kartoffeln genutzt. Auf jeden Fall koche ich die Kartoffeln grundsätzlich, bevor ich sie in der Heißluftfritteuse ausbacke. Meine Frau schwirrt darauf, die Kartoffeln im rohen Zustand bereits zu schälen und so zu schneiden, wie sie sie haben will, in Scheiben oder gefürtelt oder eben wie im Pommes frites in dünnen Stangen. Ich dagegen koche sie als Ganzes mit der Schale und schneide sie mir dann. Ich denke, es bleibt mehr Geschmack drin, kann aber natürlich ein Mythos sein. Manchmal, vor allem bei jungen Kartoffeln, lasse ich die Schale, sofern sie nicht zu dick ist, sogar dran, weil natürlich die ausgebackene Schale nochmals einen Knusper-Effekt verleiht. Dann bepinsele ich die Kartoffelstücke entweder mit dem Knoblauchöl oder eben besprühe sie mit dem Olivenöl aus der Sprühflasche. Dann benetze ich sie nur ganz wenig rein in die Heißluftfritteuse und bei 165 Grad ca. 10 Minuten frittieren. Dann abkühlen lassen und kurz vor dem Servieren bei 185 Grad nochmals in der Heißluftfritteuse kross ausbacken. Das dauert dann nicht länger als 5 Minuten. Ich sage Ihnen, ein Gedicht. Oder Brokkoli in der Heißluftfritteuse. Hier nehme ich das Knoblauchöl und bepinsele die Röschen mit dem Öl-Knoblauch-Fleisch-Gemisch und nach 10 Minuten bei 180 Grad sind die Röschen so knusprig und besitzen eine knackige, papierartige Konsistenz. Das ist so lecker, dass ich mir den Brokkoli manchmal einfach nur als Snack zwischendurch zubereite. Oder Schweinebauch. Ich schneide ihn in 15 cm lange Stücke, koche ihn in einem kleinen Topf in einem Fond aus Sojasauce wenige Minuten, lasse ihn abkühlen, schneide die Schwarte dann x-förmig ein, reibe ihn entweder mit Kümmel oder anderen Gewürzen und Salz ein und schlage ihn so in Alufolie, dass die Schwarte nicht bedeckt ist. Ab in die Heißluftfritteuse und nach wenigen Minuten hört man das Fett der Schwarte schon knacken. Nach 15 Minuten ist er fertig. Die Schwarte bräunlich geröstet und das Innere butterweich und saftig. Und das sage ich, da ich seltene Schweinefleisch esse. Aber ich bin noch lange nicht durch mit der Heißluftfritteuse. Hähnchen, Spitzkohl. Also man kann so viel damit machen und der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt und der eigenen Lust und dem eigenen Appetit eben auch nicht. Also die Heißluftfritteuse, neu modern auch, Airfryer. Ich kann sie bedenkenlos empfehlen. Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Und in der nächsten Sendung beginne ich damit, in loser Folge die Weinanbaugebiete im deutschsprachigen Raum vorzustellen. Sei es der Rheingau, sei es die Wachau in Österreich oder eben die Bündner Herrschaft in der Schweiz. Und ich beginne in der nächsten Folge mit dem nördlichsten Anbaugebiet, und zwar der Mosel. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Markus Fahlefeld.